Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu den besten Klassen für Mütisch Plus und Raid im März 2023 für WoW Dragonflight Season 1. Zuallererst einmal muss ich hier erwähnen, dass ihr natürlich mit allen Klassen Mütisch Plus 20er In-Time spielen könnt. Hier sind alle Klassen und Spezialisierungen vertreten, also ihr könnt alles spielen, es ist locker machbar. Solange ihr ein guter Spieler seid, könnt ihr M Plus 20er Lockerflocke schaffen, auch mit Trandoms und einem LFG-Tool. Aber es ist halt so, dass es mit einer Meta-Klasse manchmal einfacher ist, eingeladen zu werden, als mit einer Off-Meta-Klasse. Leider auch in diesen niedrigen Stufen wie 20, 15 und 10er. Das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben als Info vorweg. Ansonsten geht es natürlich jetzt hier um die besten Klassen. Dafür klicken wir hier auf M Plus Stufe 25 und höher. Und hier sehen wir dann auch letztendlich schon die Meta, die besten Klassen, die sich hier herauskristallisieren. Und es ist halt auch einfach so, dass natürlich die Leute, die teilweise auch 10er, 15er oder 20er laufen, auf diese Top 0,1% Spieler schauen. Und dann ist es so, dass die Leute halt auch in diesen niedrigen Key-Stufen 20, 15 und 10er meistens die Meta-Klassen einladen, die eigentlich nur wirklich in 25 und höher gebraucht werden. Das ist einfach so, das wird sich auch nicht ändern, außer es gibt vielleicht mal eine Solo-Queue irgendwann für Mittelschluss, dann kann sich das ändern. Aber wenn es das nie geben wird, dann werden die Leute immer auf diese Meta schauen, was man so sieht in Streams oder hier auf den Webseiten, die Statistiken. Und dann ist gut. Gut, gehen wir zu den Tanks. Die besten Tanks sind nach wie vor, Schutzkrieger ist nach wie vor sehr, sehr stark dabei. Aber was neu ist, ist, dass der Schutzpaladin im Kommen ist. Der ist sehr, sehr stark, sieht man auch hier in der ersten Seite. Oder auf der ersten Seite die besten Schlüsselsteine wurden getimed mit sehr, sehr vielen Schutzpaladinen, auch wenn es teilweise immerhin der gleiche hier ist. Aber zum Beispiel der beste Schlüsselstein, Schatten, Mond, Grabstätte 28, wurde mit einem Schutzpaladin getimed. Aber, ähm, ja, 28 der Hof der Sterne mit einem Schutzkrieger. Aber das ist halt neu, dass der Schutzpaladin so, so gut performt. Also ich würde mittlerweile sagen, gleich auf mit den Schutzkriegern. Der Schutzkrieger ist nicht mehr 100% Vollmeter, sondern der Schutzpaladin und Schutzkrieger teilen sich, kann man ja hier sehen, quasi den ersten Platz aktuell. Und es ist halt auch so, dass der Schutzpaladin vor allem in Packgruppen, in Randomgruppen ohne Voice besser ist als der Schutzkrieger meiner Meinung nach. Weil er halt so viele Sachen unterbrechen kann. Er hat so viele Unterbrechungen und so viele Death-CDs auf die gesamte Gruppe. Und da ist es einfach besser, einen Schutzpaladin mitzunehmen für Randomgruppen ohne Voice als ein Schutzkrieger. Danach kommt lange nichts. Und dann kommt halt der Plutus-Ritter, ist noch ganz gut spielbar, sieht man auch hier. 27 Hof der Sterne, ja, ist auch gut. Kann man also spielen, Plutus-Ritter auf Platz 3. Und danach, die anderen drei Tanks sind wirklich nicht so geil. Dann kommt hier noch der Rachsos-Dämoniker, ist, würde ich auch sagen, auf Platz 4. Auf Platz 5 der Braumeister-Mönch und auf Platz 6 leider Gottes Wächter-Troide. Nach wie vor der schlechteste Tank an der Stelle. Wird kaum gespielt, ist einfach zu schwach, zu schlecht. Und ja, wenn ihr jetzt Tank spielen wollt, anfangen wollt, einen guten Tank sucht, für müde Schluss dann nehmt Schutzpaladin oder Schutzkrieger. Das sind die Besten. Als nächstes kommen wir dann zu den Heilern. Hier ist es richtig krass, was die Meta betrifft. Nach wie vor ist hier der Bewahrungsrufer, einer der besten Heiler. Aber ich würde auch sagen, hier der beste Heiler ist der Wiederherstellungstroide. Vor allem auch wieder für Rennung-Gruppen bringt. Einfach gute Utility mit, ein BR. Und beim Evoker muss man halt immer auch schon darauf aufpassen, dass man möglichst vor dem steht, damit der euch heilen kann. Vor allem in Melee-Kombos ist wahrscheinlich der Evoker sehr, sehr stark. Aber ja, man kann letztendlich beides spielen. Sowohl der Rufer als auch Wiederherstellungstroide performen sehr, sehr stark mit Abstand zu den ganzen anderen Heilern. Ihr seht es ja hier, wie viele Leute hier wirklich bei 25 und höher nur diese zwei Heiler eigentlich spielen. Und hier auf Platz 3 ist dann wahrscheinlich der Disziplinpriester ist noch ganz gut für PI auch und kriegt das wohl auch geheilt. Der Schamane ist einigermaßen im Kommen, das ist gut. Dann kommt der Heiligpaladin leider weit abgeschlagen. Zusammen mit dem Heiligpriester und dem Nebelwirkermönch. Das sind halt wirklich hier, oder ist wirklich eine traurige Statistik, dass die beiden Klassen hier so herausstechen, dass die so, so stark sind. Und ja, wenn ihr Heiler spielen wollt, auf jeden Fall Bewahrungsrufer oder Wiederherstellungsruide spielen, weil das einfach aktuell die Besten sind für Mythisch-Plus-Heikis. Als nächstes kommen wir dann zu den Mili-DPS und zwar Nahkämpfer nur. Hier sehen wir natürlich, dass die Schurken nach wie vor krank sind. Sowohl Täuschungsschurke als auch Gesetzlosigkeitsschurke sind brutal stark. Dafür ist der Meuchelschurke kompletter Schmutz. Ist Schrott, aber dafür haben sie halt hier die anderen zwei, die sehr, sehr gut performen. Und ja, Verwüstungsdämoniker ist krank dabei, Verstärker-Schamannen nach wie vor krank dabei, Windläufer-Mönch ist okay, Feraltroide ist okay und Unheilig-Todes-Ritter ist okay. Also man sieht hier im Vergleich zum MDI spielen die Leute hier nicht wirklich Feraltroiden und Unheilig-Todes-Ritter, sondern eher die anderen Klassen. MDI ist halt auch ein Sprint und nicht High-Keys und dementsprechend liegt das halt daran. Und ja, die schlechten MDI-Specs sind wirklich sowas wie Frost-Todes-Ritter, da sehen wir kaum was. Nur vier Stück. Und ja, der schlechteste ist wohl der Überlebensjäger, leider Gottes, war ja in Shadowlands Season 4 der beste MDI. Jetzt ist er das schlechteste. Jeder kommt mal dran. Retripaladee nach wie vor ziemlich schlecht dabei, aber kann man spielen. Waffenkrieger und Vorrorkrieger auch nicht so stark, aber immer noch besser als ein Reti oder Survival-Hunter. Und ja, falls ihr den Mili spielen wollt für Mensch-Plus, dann würde ich euch aktuell auf jeden Fall den Verwüstungs-Termon-Jäger empfehlen oder Gesetzlosigkeits-Schurke bzw. Täuschungsschurke. Verstärker-Scharmann ist noch okay, Windlaufer-Mönch ist noch okay, Feraltroide ist okay, Unheilig-Todes-Ritter ist okay und Furor-Krieger ist auch noch einigermaßen okay. Danach wird's eng, weil die Leute halt lieber die anderen Nahkämpfer einpacken. Dann geht's weiter zu den Fernkämpfern. Hier ist es so, dass die Eule nach wie vor ziemlich gut dabei ist. Man sieht es auch hier, im höchsten getimten Key ist die Eule dabei. Oder auch hier, also Eule nach wie vor gefühlt der beste Range-Spec für Mythisch-Plus. Aber was Neues ist, dass der Shadow-Priester oder der Schatten-Priester ziemlich gut auch performt. Im Mythisch-Plus-Bereich wird's sogar mittlerweile mehr gespielt als die Eule. Also hier auch wieder an der Spitze liegen mit meilenweiter Entfernung der Schatten-Priester und die Eule sind einfach die besten Fernkämpfer aktuell für Mythisch-Plus. Dann kommt wahrscheinlich hier der Frost-Magier oder Feuermagier. Danach kommt der Zerstörungs-Hexen-Meister. Demo-Hexer ist noch ganz okay. Äh, Verheerungsruf war wohl nicht so geil. Jäger ist auch noch ganz okay. Also Platz 1 würde ich sagen Eule. Platz 2 Schatten-Priester. Platz 3 Frost-Magier bzw. Feuermagier. Platz 5 dann der Zerstörungs-Hexen-Meister. Und danach kann man halt, also Jäger kann man ausspielen. So zwischen Jäger, Mages und Hexer. Da nimmt sich das nicht viel, würde ich behaupten. Aber danach so Elementar-Shaman ist schon ziemlich schlecht dabei. Genauso wie der Arkan-Magier ziemlich schlecht dabei ist. Und Verheerungsrufer, ja kann man spielen, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Gut, dann schauen wir uns nochmal alle DPS-Spezialisierungen an. Und da sieht man einfach, dass die Schurken sehr, sehr gut dabei sind. Schattenpriester gut dabei, Verstecker-Shaman. Mage ist eher nicht so, Hexen-Meister ist eher nicht so. Wind-Läufer-Mönche sind ganz gut. Eule natürlich ganz gut, auch Feral-Truiden ganz gut. Und Verwissungs-Dämoniker ist krank, Verstärker-Shamane krank. Und der Rest eher nicht so geil. Gut, die besten Klassen für den Müdschluss-Bereich habe ich euch gezeigt. Hier seht ihr nochmal die besten Klassen für den Raid-Bereich. Und der beste Fernkämpfer ist einfach Schattenpriester. Sowohl für den Raid, als auch für Müdschluss sehr, sehr gut aktuell dabei. Und ja, Waffenkrieger ist sick. Täuschungsschukke ist sick. Vorrohrkrieger ist sick. Gesetztlosigkeitsschukke ist sick. Feraltroide ist sick. Verwissungs-Dämoniker ist gut dabei. Also ihr seht es eh, im Raid ist es eh so. Ihr könnt alles spielen. Im Raid müsst ihr nicht unbedingt auf die beste Klasse gucken. Weil da kommt es einfach auf eure persönliche Performance an. Beziehungsweise auf eure Taktiken, die ihr spielt. Und nur wenn eure Taktik gut ist und ihr die Bosse schnell legt, dann könnt ihr auch nur gescheite Locks machen. Wenn ihr eine loste Gruppe habt, die kein Damage machen oder komplett falsche Taktiken spielen, dann werdet ihr nie gut locken. Dementsprechend ist diese Statistik hier nicht so gut wie die Mythos-Statistik. Aber ja, ihr seht hier trotzdem einen groben Trend, wo das Ganze hingeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen und geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.